ja herzlich willkommen zu meinem video heute zeige ich euch wieder ein preview aber dieses mal nicht von der playstation 3 sondern von der nintendo wie ja das heutige spiel was ich euch zeigen werde ist kein anderes spiel als super mario galaxy 2 da es mein lieblings nintendo wie spiel ist dachte ich mal dass ich mit diesen anfangen werde auch wenn es nur ein kurzes preview sein wird hoffe ich dass es euch den noch gefallen wird ja legen wir gleich los ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.